Willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4 Mods Wir sind zurück bei Emergency 4 In Biberfelde Und haben direkt einen Notfall Was ist das? Notfall, Traumauer, Fraktur nach Sturz Das ist nur RT Also nur Rettungs Also Gattungswagen So Ich war hier oben gerade bei Ich will die auf Streife schicken Route 2 Route 3 Beide nach unten Beide nach oben Route 3 Bitte nach unten Sehr schön Route Nein Route 1 Sehr schön Route Route 3 Nein Streifendienst Route Nein Route 1 Ja Das geht Jetzt brauchen wir noch einen nach unten Den upgraden wir erstmal Finde ich cooler Alarmieren wir den erstmal Und es wurden 1000 Euro vom Konto abgezogen So Dich platzieren wir erstmal Das ist hier schon am Rand Zack Absetzen Notfallrucksack Auf dem Weg Leute Wie lange habe ich kein Biberfelde mehr gezockt Oh Feier ich gerade ein bisschen So Ich habe jetzt Nach hier Route 1 Nach hier Route 2 Und das müsste da Route 3 sein Ja Dann habe ich nach hier unten Einmal Route 1 Und einmal Route 3 Dann müsste ich Einmal Route 2 nach unten Bitte Route 2 nach unten Route 2 nach unten Bitte 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 Route 3 Nein Route 3 Nein Habe ich gesagt Nein 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 Ja das sieht besser aus Ist das Route 2 Ist das Route 2 Nö Oder Oder Ist das Route 2 Route 1 Route 2 Sehr schön Sehr schön So Du da Ja Den da Ich hoffe es Wir brauchen keinen Notarzt Wir brauchen keinen Notarzt Wir brauchen gerade so Keinen Notarzt Alter Schwede Puh 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 Sehr schön An sich könnte der Rettungswagen Auch hier unten parken Ne Ich weiß wo ich ihn hinstelle Ich stelle ihn mal Hier hin So Blink 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 Weil da stört er keinen Da kann das Blaulicht Auch aus Aber bloß Warmblinker Das ist gut Du kannst schon mal Die Trage holen So Gleich fertig Gleich fertig Sehr schön So Ich entschuldige mich schon mal Voraus Ich weiß Ich entschuldige mich Viel zu viel Aber ich entschuldige mich Jetzt schon mal Dafür Dass ich so lange Nicht aufgenommen habe Emergency 4 Beziehungsweise Letz Ja Letzte Letzte Woche Glaube ich Ja kam gar kein Video Das tut mir leid Aber Ist halt manchmal so Kann man manchmal nicht ändern Aber Es ist nicht schön Aber Nein Es kommt ja relativ oft vor Aber das liegt daran Ich arbeite im Schichtdienst Und habe immer keine Zeit Und ich komme von der Arbeit Und schlafe eine Runde Und dann kann ich auch nicht aufnehmen Denn wenn ich schlafe Kann ich nicht aufnehmen Irgendwie logisch Irgendwie auch nicht Manchmal muss ich mich auch zwingen dazu Aber jetzt habe ich gerade Eine Stunde Zeit gefunden Beziehungsweise eine Dreiviertelstunde Somit werde ich jetzt Eine Dreiviertelstunde aufnehmen Dann schneide ich das Und rendere das Heute Abend erst Ich bin noch zwischen Zeitlich gehe ich noch ins Kino Naja Ist ja auch egal Auf jeden Fall Kommt jetzt Morgen lade ich das alles hoch Vielleicht kommt diese Folge Sogar morgen schon Oder es ist Sonntag Ich weiß es noch nicht Mal sehen Mal sehen So Ab ins Krankenhaus Ihr könnt Ja Seekrankenhaus ist gut Guti Haben wir das auch schon mal geschafft Können wir mal ein bisschen Vorlauf machen Hier Sehr geil Wir können uns auch mal hier Ja Die Baustelle angucken Wir gucken jetzt Wie die Baustelle an Ne Ich wollte es zum Bus Weil hier passen Hm Lass mich lügen Zwölf Wenn ich jetzt Richtig Gucke Glaube ich zwar nicht Dass ich richtig gucke Aber ist ja egal Ein Trecker An sich könnten wir ja mal Könnten wir ja mal Könnten wir ja mal Ähm Hm Hm Die Drehleiter für eine Übung Oder? Ja Drehleiter Übung Alarmieren Sehr schön So komm her Kannst Blaulicht wieder ausmachen Fährst jetzt nach da hinten Und Blaulicht aus Hab ich gesagt Was ist denn? Ich bin doof Da Ja überfahr ihn ruhig Wer ist das? Ist das ein Polizist? Der sieht aus wie ein Polizist Feuer Pkw Brand durch technischen Defekt Wo? Doch nicht etwa die Bahn Ich sehe hier sonst keinen Die Bahn brennt Okay So Das bedeutet Fahrzeug 19 Hört Äh Wache 1 Einmal Ne Da reicht der 2er Da rückt der 2er Und das TLF Ne Einser und TLF Einser und TLF Plus Die hier Alarmieren Dann rückt von hier unten Noch ein Streifenwägelchen aus Nach da Ein Rettungsdienst Von hier oben In Bereitstellung Pkw Brand So ein Scheiß Da brennt Die Straßenbahn Das ist aber nicht gut Das hatte ich ja noch nie Straßenbahn Brand So Wo post Wo postierst du dich? Du postierst dich Hinter Nee Du postierst dich da Du postierst dich dort Der Rettungsdienst Wagen Park Da So Absitzen Achso das hätte ich auch mal Absitzen Wo denn? Da unten Gut da Dass ich das ungern Mache Leute von der Route Runter nehme Mache ich mal So Absitzen So Ihr Nee einer reicht unter PA Okay PA Ihr schon mal schnell Ihr könnt auch absitzen Erstmal So du Schläuchelein Du auch Schläuchelein Und du auch Schläuchelein So du Holst dir Wasser Von da Kein Problem Pum Alter Wieso? Wieso? Oh manu Oh manu Was ist er denn da? Brauche ich hier nochmal Einen Rettungswagen bitte? Schade dass es nicht so eine Schaltfläche gibt Nur Rettungswagen alarmieren Wie ist denn manch anderer Mod das so? Jetzt ist er drinnen oder? Nee da Sieh Es ist ein Oh Alter Ja die Straßenbahn hat gerade Alles von mir abverlangt Ja da fahren die da rückwärts Absitzen Festnehmen Festnehmen So Gut ins Auto bringen Oh Äh Hier einmal bitte nach da Wenn es geht Können wir nach da So Du minus Ja los Die Flammen brennen Die FF übernimmt Die BF kann einrücken Du minus Schnellangriff So Status 1 Status 2 Obwohl das TLF kann auch nochmal Status 2 Ihr beide stellt euch da So ihr könnt auch wieder nach Huse Schnellangriff Und dann hätte ich hier gerne ein Abschleppfachzeug Dazu braucht die da ne Absitzen Oh man So Beide bitte mit Rettungsrucksack Notfallrucksack Das tut mir leid So die da Habe ich nur zwei Ja oder denn sind das die beiden hier So und du Bittestatus 2 So Eingekesselt So hier hätte ich jetzt auch nochmal gehen ein Der stellt ne Wasserversorgung her Wie voll ist der noch? Eigentlich müsste das reichen Aber ich stell trotzdem Wasserversorgung her Haben sie mindestens ein bisschen was zu tun Die hier Ja Ich brauche noch einen zweiten Rettungswagen Hol ich den von der BF Ich muss mich erstmal umgewöhnen von anderen Mods zu dieser Mod wieder Also Ja Gefällt mir zwar trotzdem gut Aber naja Zack Es ist ne Umgewöhnung von Sachen Hamburg zu dieser Mod Das muss man definitiv sagen THVU schwer Wo denn Ja Geil So Einmal Rüstzug Rüstzug ist der RTW noch der Nein RTW in NEF Hier zwei Hier her Ähm Minus 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 So Du Aufsitzen Du Aufsitzen November Yankee Schon unterwegs November Status 1 Alter. Du noch da. Redungsrucksack. Redungsrucksack. Notarzt. So. Absitzen. Schere. Absitzen. Du die. Du die. Aufschnippeln. Kommst du noch ein bisschen dichter. Du willst du bitte auch deinen Rettungsrucksack? Komm. Kannst du noch mal ein Stück dichter kommen, bitte? Nee, nicht schnell anrufen. Na gut. Brandsicherheit herstellen. So. Du. Man hört sofort, dass das ein älteres Modell ist. Alter, wer ist er denn? Absitzen. Und Notfallrucksack. Ihr könnt auch schnell angriffen. Absitzen. Du kannst so bleiben. So, ich brauch noch mindestens zwei RTWs. Du kannst so bleiben. Also, ich würde den Rettungsrucksack. No. Ich würde den Rettungsrucksack. Untertitelung des ZDF, 2020